Was hast du gefunden? Eine Flaschenpost. Wie lang ist dieser Brief wohl schon im Wasser? Was steht drin? Ich kann nicht lesen. Kannst du es? Soll ich es dir beibringen? Das wäre toll. Schau, das ist der A wie Alligator. Ich zeige dir einen kleinen Film dazu. Schau, das ist der A, der Alligator. Dann mach eine schräge Linie nach oben und eine weitere schräge Linie wieder nach unten. Zum Schluss eine waagrechte Linie in der Mitte. Ich glaube, ich kann das. Sieht einfach aus. Ich bin sicher, du kannst das. Bis bald. Tschüss. Blipp Flop Blipp Flop Blipp Flop Blipp Flop